Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Without 101. Ja, es ist soweit meine Lieben, hier ist mein Drachen und ich kann jetzt tatsächlich mit ihm reisen und zwar zu Malistair. Du besteigst den Drachling mit einem ledrigen Knarzenbreiten, was breitet er seine Flügel aus und hebt ab. Okay, guck mal. Oh Gras, das ist so cool. Wir gucken uns das natürlich erstmal an, ich werde das nicht überspringen. Vor allem wie mein Haustier hier mitfliegt, ne? Ist ja der Hammer. Da sind wir, all unsere Hoffnung begleiten dich. Äh, ja. Sprach er und ist dann wieder weg. So, okay, guck mal. Oh, da steht da jemand. Kann ich hier irgendwas machen? Benutzen? Handwerk. Ah, okay. Aber mit dem kann ich nichts anfangen, noch nicht. Ach du Scheiße. Ich kann mich daran jetzt gar nicht mehr erinnern hier, irgendwie. Große Felsspitze. Nein, da muss ja hier, hier muss es glaube ich auch noch eine Rose geben, eine steinernde. Ich gucke mich mal ganz kurz. Aha. Da ist sie. Okay, super. Super, super, super. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da hin, ja. Nicht hier lang? Ach, da geht's raus, ne? Ah, alles klar, da ist der Ausgang. Oh mein Gott. Hätte ich mir vielleicht noch eine Flasche kaufen sollen, oder? Fuck. Ja, okay. Ja, das wird wohl jetzt über mehrere Folgen gehen, nehme ich an. Vermute ich mal. Okay. Oh mein Gott. Ich hab, also ich hab das jetzt überhaupt nicht mehr in Erinnerung, aber gut. Oh mein Gott. Okay. Gut, hier geht's irgendwie nicht lang. Geht das hier runter? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. An diesen Fahrstuhl hier erinnere ich mich irgendwie hier mit diesen Ketten. Das, das hab ich noch so ein bisschen in Erinnerung. Ich hab so das Gefühl, ich hab hier alleine nichts zu suchen. Oh Mann. Okay. Mal so ein bisschen umgucken. Hier ist nix. Okay, also gehen wir hier weiter. Oh Gott. Fahrt der Drachen. Was? Hab ich jetzt nicht lesen. Ach du Scheiße, was ist denn hier? Feinde. Okay, dann laufen wir mal schön außen rum. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das will. Da ist noch ein Buch. Das würde ich natürlich gerne lesen. Ich hoffe, die kommen da jetzt nicht hin. Die, die kleinen Drachen hier. Das wäre übel. Der Titel dieser Schrift lautet im Dunkel der Vorzeit die Gründung von Drachenfels. Hier lebten Drachen. Drachenfels diente dem Geschubbten von Anbeginn seiner Zeit als Zufluchtsort. Zu dieser Zeit waren die Menschen und Drachen verfeindet und das Leben derer, die dort wohnten, war beständig von Angst und Schrecken erfüllt. Okay, das war's. Alles klar. Wo muss ich denn jetzt hin? Verdammt. Hier runter. Sehr gut. Gut, okay. Ah, das sieht schon echt übel aus. Ist hier auch noch irgendwas? Nein. Da muss ich jetzt hier durch, ne? Boah. Übel. Na gut. Ach, hier geht's auch noch runter. Ach du meine Güte. Okay. Ich hab das Ziel erreicht und jetzt besiege Malestia Drake. Ja. Hab ich vor, aber es wird nicht einfach, glaub ich. Ah, zur Not hol ich mir halt ein paar Gehilfen, ne? So, dann hol ich mir noch das hier, wenn ich schon mal dabei bin. So. Oh Gott. Oh! Die Säcke. Okay. Okay. Ja, komm, ich werd mal hier diesen... Oh Mann, da haben die mich echt in den Kampf gezwungen. Aber ich glaub, das ist mittlerweile so. Früher konnte man noch draußen rumlaufen. Jetzt wird man, glaub ich, automatisch reingezogen. Ja, natürlich. Und gleich vier Gegner, ne? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist das übel. Hm. Ich bin ja schon tot, bevor ich überhaupt da ankomme. Aber vier Gegner ist schon echt übel. Zwei ist ja schon der Hammer, aber vier? Ja, gut. Viel Schaden machen die jetzt gerade noch nicht, glaub ich, aber ich meine, kein Vieh macht ja hier auch Mist. Ich bin ganz schön aufgeregt. Gott. So ganz allein hier. Okay. Ja, die wollen's wissen. Die wollen's echt wissen. Puh. Okay. Ähm. Gott, ich hoffe, ich verpatze das jetzt hier nicht. Aber die Welle wäre jetzt echt gut. Oh Gott sei Dank. Mit kritisch wäre noch besser. Ja. Sehr schön. Okay, die sind alle... Nee, doch nicht. Zwei Leben noch. Ach du Scheiße. Warum das denn? Hm. Na, ich mach das mal weg. Oh je, oh je, oh je. Ich hoffe, es passiert mir jetzt nicht andauernd hier. Gut. Dann versuche ich den jetzt nochmal irgendwie hinüber zu... hinüber zu befördern. Ja, kritisch. Sehr gut. Also, inizielle Leben meine ich, ne? Auf gut Deutsch. Ach Gott. Sechs Pips, ne? Ach du Scheiße. Oha. Oha. Der hat gesessen. Der hat irgendwie gesessen. Ähm. Ach ja. Ich hab jetzt echt überlegt, ob ich mir Lehm auflade. Gut, er ist weg. Super. Ja, ich trag wieder zu viel, ne? Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich trag zu viel. So muss ich jetzt hin. Oh nein. Komme ich an die vorbei? Oha, ist das übel. Naja, die haben einen großen Kreis. Vielleicht. Schafis. Und natürlich muss ich... Gott. Ich hab's geschafft. Huh. Gott sei Dank. Ah, es wär echt nice, wenn ich jetzt hier mal, ähm, ein paar, ähm, ähm, äh, wie heißt das? Ähm, ähm, ach so, ich fahr jetzt hoch. Ja, okay. Ich fahr jetzt hoch. Guck mal, kann ich ne Screenshot machen? Guck mal, ich nehm's einfach mal so auf. Ach, Gottes Willen. Oder ich versuch den mal. Wartet mal. So, okay, alles klar. Oh mein Gott. Aber ich bin in einem Dungeon drin, also von daher die Feuerkrone. Was? Ich soll jetzt nach dem Kristall suchen? Ach, kommt schon. Was ist denn der scheiß Kristall? Das muss ich garantiert hier überall rumlaufen? Da vorne ist auf jeden Fall Lehm. Ach du Kacke, ey. Komm, die... Guck mal, wie nah die hier laufen. Die kriegen mich doch hier tief in die tief. Ich hab so das Gefühl, ich muss da lang. Weil da irgendwie die, ähm, Kugeln sind. Wisst ihr, was ich mache? Ich laufe jetzt einfach hinter den her. Kann ja wohl nicht so schwer sein hier. Oder ich muss hier durch. Das kann natürlich auch sein, ne? Oh. Wo bin ich denn jetzt? Heulende Höhle. Oh Gott. Okay, hier komme ich nicht durch. Oh, ist das fies. Das ist so fies gemacht hier. Okay. Manometer. Ich hab hier mal schnell ne Flasche genommen. Au, lecko mir. Ey, das ist ja so übel. Ach du Scheiße, das ist ja sogar Sturm bei... Leute, ich hol mir mal, ich hol mir mal hier so ein, so ein Lehm, äh, Söldner. Das funktioniert sonst nicht. Wollen wir denn hier Lehm? Da. Ja, ja, ist ja gut. Hier sind 40er. Dankeschön. Oh, ist das übel. Und ich vermute mal, ich bin dann jetzt auch noch falsch. Dankeschön. Ich hab mal eben so ne, so ein Schild mir gemacht. Vielleicht sollte ich mir auch noch ein Mythos-Zauber holen, Zauberer. Ich glaub, das wär auch ne gute Idee. Genau, hau ihn weg. Ach Mensch, ja, die sind ja Sturm. Okay, wartet mal, dann mach ich noch Folgendes. Dann werd ich mal noch diese Kling machen. Dann werd ich einfach mal Feuer jetzt benutzen. Ja, das Verpatzen kenn ich. Ha. Oh mein Gott. Du kleiner Lebenskünstler, wärm auch schon, wenn du die Spinn angreifst. Okay, ähm. Ja komm, ich, ich versuch mal, ich versuch mal, ähm, so ein Feuerzauber. Ja, natürlich. Oh Gott. Ich hab das wirklich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ach, guck mal, jetzt hat er sich so ein Mythos-Scheiß gemacht. Okay, nicht verpatzt, das ist gut. Ja, kritisch. Okay, die sind weg. Was? Außer der eine nicht? Oh nein. Oh, ich krieg ne Fee. Äh, eine, eine, eine Satyr. Ne Fee. Na klar. Dankeschön. Ach, schön, wenn man sich wieder voll fühlt. Ähm. Ich könnte jetzt aber irgendwie ein Prisma gebrauchen. Ich krieg aber irgendwie kein Prisma. Warum nicht? Ah, den mach ich mal auch weg. Den brauch ich jetzt auch nicht. Und eine Welle mach ich auch weg. Ich pass jetzt mal. Ah, ich krieg jetzt noch ein Absorbierenschild. Das ist auch gut. Aber er hat doch nicht mehr viel. Komm, ich probier mal. Ich probier jetzt mal einen Sturmzauber. Oh, fuck. Jetzt lädt er sich auch noch auf. Ist der überhaupt ein Sturm? Ja, der ist Sturm. Ja, super kritisch. Okay, es hat gereicht. Wunderbar. Danke. Okay, super. Ähm, ich wollte hier lang, ne? Achso. Hier. Ich hoffe, die kommen da nicht wieder. Die, die, ähm, die... Wer steht denn da? Bist du... Bist du mir was zu sagen? Nee. Verdammt, wo ist denn... Wo ist denn der Kristall? Ah, ich komm hier nicht durch. Ich hab keine Ahnung, Leute. Seht ihr mal, jetzt bin ich hier total falsch. Hab also umsonst mich in den Kampf begeben. Glaub ich. Jetzt komm ich hier wieder nicht durch, ne? Aha. So. Okay, dann einmal zurück. Ah, okay, aber die kommen nicht wieder. Das ist schon mal gut. Jedenfalls... Ach, scheiße. Ich hänge. Felsspitze, okay. Ich weiß jetzt aber noch nicht, wo ich das... Wo ich den Kristall herkriege. Da ist der Fahrstuhl. Ich vermute mal, ich muss da hin. Aber das ist echt übel. Ich versuche mal hinter dem Elefanten irgendwie zu laufen. Also hinter dem Uni. Beziehungsweise... Schnell. Jetzt. Oh nein. Nein. Ich komm da gar nicht hin. Ich wusste es. Fuck. Okay. Hm. Jetzt sind die auch noch Eis. Oh, ist das übel. Das ist so übel. Okay. Hier sind alle drei Eis. Oh, was? Der hat 5600? Einen Moment mal, bitte. Und? Wo ist denn, wo ist denn Feuer? Hier. Ich kaufe mir jetzt auch nochmal ein Feuer. Oh Gott. Das ist doch alleine gar nicht zu schaffen hier. Meine Güte. Ja, Feuer kommt gut an. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Der macht es auf den. Der macht es auf sich selbst. Okay. Aha. Ja komm, ich mach erstmal den ein wenig weg. Ich bin so buff, Leute. Wirklich. Ich bin grad echt überfordert. Bye. Arschgesicht. Oh Mann. Okay. Ja, das werden wir schon hinkriegen. Okay. Okay. Ähm. Ich werd mich ganz einfach nochmal schützen. Genau, mach mal ein bisschen. Ja, sehr gut. Genau. Hau auf ihn rauf. Oh, der arme Oni. Habt ihr den Schrein hören? Ja. Genau. Gib's ihn. Sehr gut. Naja, wenigstens sind die Gegner nicht so überpowered, ne? Also irgendwie machen die ja nicht so wirklich große Zauber und viele Pips haben die eigentlich auch nicht. Ähm, okay. Er macht jetzt den. Ja komm, dann werd ich mal hier ein bisschen helfen. Indem ich ein paar Fallen noch raufmache. Ja, der wird geschützt. Okay. Genau, leg los, mein Junge. Genau, ich hab gedacht, dass der schon K.O. geht. Okay, okay. Ähm. Ich weiß nicht so genau. Na komm, ich hau mal den rauf jetzt. Sehr gut. Das kriegen wir schon anbieren. Okay. 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 Ah, Frosty. Ah super, der hat sich gut geschützt. Hä, der kleine Schlingel. Okay. Oh wow, was macht er denn da für ein Zauber? Wie cool. Ähm. Ja, ja, komm. Ich hau mal die Krake rauf. Oder auch nicht, weil ich verpatze. Verdammt. Hallo. Nein. So eine Scheiße. Jetzt hat er die Schilder weggemacht. Achso, das ist die Krake. Ah. Echt? Nur 825? Okay. Ähm. Komm, ich mach mal hier so ein Babyzauber. Ist egal. Kritisch? Immerhin. Oh, die werden geheilt. Dankeschön. Hm. Hm. Okay. Das wird, glaube ich, hier so ein kleiner Battle hier zwischen den Beinen. Ähm. Ja, komm, ich mach mal den rauf. Das ist ein Feuerzauber. Hallo? 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 Ja, kritisch. Sehr gut. Na los. Hau rein. Ja, 1,6. Wow. Der war gut. Der war gut. Für meine Verhältnisse. Nicht zu vergessen. Ja, dies war da kein Mucks gesagt. Gut, er macht jetzt den Sonnenvogel. Super. Ihr seid, ihr seid klasse, ihr. Meine kleinen Helfer. Ups, jetzt hat er verpatzt. Aber ist nicht schlimm. Okay, jetzt werde ich mal wieder zur Abwechslung angegriffen. Oh. 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 Ah, komm, ich heil mich mal. Da ist der Kristall, ne? Hier hinten. Ich muss da irgendwie hin. Dankeschön. Ja, genau. Sehr gut. Ja. Ja. Sauber. Okay, viel hat er nicht mehr. Und ich komme mit so einem Zauber. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, also schwer sind sie, glaube ich, nicht. Aber wenn man es alleine machen muss, dann ist es doch schon ganz schön kompliziert. Ich muss nur gucken, wie ich, ah, ich muss da lang dann. I see schon. So. Na komm, ich hole jetzt nochmal den drauf. Kritisch. Perfekt. Oh. Fall um, genau. Sehr gut. Ich habe sogar noch fast mein ganzes Leben. Das ist doch auch was Feines. So, ich muss jetzt... So, ich muss jetzt... Verdammt, normal. Wo muss ich denn lang? Ach so, ich muss hier lang? Wahrscheinlich. Und dann muss ich hier durch und dann da wieder rauszukommen, oder? Heulende Höhle. Aha. Ihr wartet mal. Hä? War ich nicht hier? Ich verstehe nur Bahnhof. Wartet mal. Warte ich jetzt hier lang? Nee. Sackgasse. So. Hä, wie komme ich denn da hin? In die, in die, ähm... Nein, das ist hier nicht... Das ist doch nicht hier. Boah, wehe, der Uni ist wieder da. Dann kriege ich eine Krise. Irgendwas übersehe ich, glaube ich. Nee, die sind nicht da. Okay. Wartet mal. Ich bin jetzt ein bisschen... Ich muss da rüber. Wie komme ich denn da hin? Da ist irgendwie ein Durchgang. Oh nein, muss ich mich etwa jetzt da durchkämpfen? Oh, Entschuldigung. Alles, alles ein bisschen kompliziert hier. Na, ich gehe jetzt mal hier lang. Drachenschlund. Ah, hier vielleicht. Ach, kommt schon. Es kann ja nicht sein, dass ich mich jetzt hier überall durchkämpfen muss, ey. Natürlich komme ich jetzt da nicht weiter, ne? Ach, du Scheiße. Hier ist ja wirklich alles vertreten. Aber vielleicht ist es jetzt hier der... Ah, ich glaube, ich bin jetzt richtig. Ja, ich bin richtig. Oh, Gott sei Dank. Komm, gib mir ein Leben. Nein. Boah, ist das übel und kompliziert, wirklich. Das Schloss öffnet sich. Genau, okay. I have it. Wo geht's? Heulende Höhle? Wartet mal. Kann ich da jetzt wieder zurück? Ich habe keine Ahnung, Leute. Oh. Ich probiere es, ja. Ich habe keine Ahnung, ob das hier ein besserer Weg ist. Nee, gar nicht, ne? Weil ich schon wieder... Oh Gott, ich muss also doch wieder zurück, alles klar. So. Ah, ich brauche ja hier schon eine halbe Stunde, um hier lang zu gehen. Das ist ja unglaublich. Also, die große Feldspitze. So, jetzt gehe ich einfach den Pfeil entlang, ne? Ich habe nur noch eine Flasche. So, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Oh Gott. Ja. So, hier lang. Schön außen rum laufen. Ach nein, ich muss jetzt... Oh Gott, ich muss hier runter. So, dann muss ich wieder hier vorbei. Gott. I have it. Gut. Das hätten wir schon mal. Oh mein Gott. So. Ach komm, ehrlich? Okay, Fahrstuhl ist hier. Ach Gott sei Dank, ich habe es durch geschafft. Alles klar. Oh mein Gott. Guck mal, da ist Melistair. Leute, da ist Melistair. Alter Schwede. Wow. Sesam, öffne dich, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, wie cool. Schließen sie sich auch wieder, wenn ich jetzt wieder weggehe? Ne, ne? Die sind jetzt offen. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, dann war es das erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, wir kommen langsam hier dem Ziel näher. Ja, in der nächsten Folge werde ich mich vielleicht dem Melistair stellen. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Also, macht es gut. Und vielen Dank für alles. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. 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 Bye.